Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA 15, Seasons Modus, Liga 1, Real Madrid und los geht's! Und wir spielen heute gegen Chelsea. Wir spielen heute gegen Chelsea und wir haben die erste Chance. Ganz unten. Und der ist drin. James Rodriguez zu 1 zu 0. Schön gemacht. Direkt in der zweiten Minute. Wunderbar. Der hat die Aufnahme noch nicht mal richtig gestartet gehabt. Es wird nicht einfach. Glaube ich zumindest mal. Wobei Chelsea ja relativ stark in der Defensive ist und jetzt gefordert ist. Kommt natürlich auch auf den Spieler selbst an, gegen den ich da spiele. Da läuft Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo haut das Ding vorbei. Kann er nicht wahr sein. Mann, Ronaldo. Und hepp. Und zack. Ah, die Idee war ganz gut. Hat leider nicht geklappt. Zumindest nicht so wie gewollt. Da habe ich gedacht, der wird oben entlang spielen. Hat er dann doch nicht gemacht. Jetzt mal schauen. Oh Mann. Oh, der kommt viel zu gut an. Und zum Glück im Abseits. Da kam er viel zu locker. Oh, jetzt lassen wir es schauen. Durch die Mitte durch. Oh, Benzema. Ah, komm. Fight um den Ball. Ramos. Eins gegen eins. Kommt Kavaral zur Hilfe. Ganz oben läuft Ronaldo. Und den spielen wir doch direkt mal an. Marcelo. Und James Rodriguez. Wieder Marcelo. Jetzt erstmal Ruhe reinbringen. Und schön zu Ronaldo. Passt. Ja, genau. Schön am Arsch. Aber gar nicht schön. Ich hätte gerne die drei Punkte. Die drei Punkte wären sehr nett. Marcelo. Momentan ist ja Real in echt. So mittelprächtig. Hier funktionieren sie immer noch toll. Und so wie ich spiele. Das ist nicht so toll. Nein. Gute Chance. Wirklich gute Chance. Spiele ich kurz. Oh Mann. Als ob das so geplant gewesen wäre. Oh Mann. Oh, Ronaldo liegt auf dem Boden. Ich hoffe nicht komplett verletzt. Sondern nur leicht angeschlagen. Oh, Ronaldo wird es nämlich schwierig. Wobei das Team ist insgesamt auch zurück sehr stark. Aber Mitte wären wir dann doch lieber. Ah, steht wieder auf. Jetzt würde er wahrscheinlich... Na, sogar direkt weitermachen. Sehr gut. Und ein Bale. Groß. Wieder Bale. Wieder groß. Kommt nicht ran. Pass war schlecht. Gut. Habe ich einen Wurf. Nehme ich doch direkt mal an. Und oben zu Ronaldo. Da sieht wieder Marcelo. Kommt nicht an. Komm schon zurücklaufend. Gut so. Und das ist nicht gut. Wirklich nicht gut. Ich will sie ranholen. Rammus läuft weg. Macht er gut, der Junge. Macht er gut. Kaval. Ach, Kaval. Kann er nicht ernst sein? Rodriguez. Modric. Ronaldo über oben. Immer noch Ronaldo. Ronaldo. Schade. Groß. Spielt in die Mitte. Gut, Warnball. Wo spiele ich den lang? Das ist hier die einzige Frage, die ich habe. Wo spiele ich den scheiß Ball lang? Benzema. Spiel zu Rodriguez. Groß. Rodriguez. Fast zu Benz. Fast zu groß. Komm, Modric. Hau ihn rein. Ja, fast. Ein Versuch war es. Oh, Mann, 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 Mann. Ähm. Er kommt nicht gut bei ihm. Alles außerhalb jeder Gefahr. Oh, fuck it. Oh, Mann, 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 Mann. Ich, mir fällt gar nichts anderes mehr ein. Ach, der Pass war grauenhaft schlecht. Schön. Oh, je. Gefährliches Ding. Ah, der kommt ganz locker zu Kassias. Der hat ihn. Gut gespielt. Marcelo. Benzema. Das war jetzt wiederum nicht so gut. Meine Nerven. Ach, Bale. Gut, war meine Idee. Komm, komm, komm. Oh, Marcelo, dass er den Kopfball gewinnt. Erstaunlich. Und los geht's in die zweite Hälfte. James Rodriguez. Benzema. Rodríguez. Dankeschön. Nehme ich. Vielen Dank. Das ist natürlich der totale Fail des Torhüters. Um Gottes Willen. Unfassbar. Das war natürlich ein Geschenk. Modric. Benzema. Ganz unten Ronaldo. Immer noch Ronaldo. Oh, verdammt noch eins. Das darf mir nicht passieren. Dankeschön. Nehme ich wieder mal gerne an. Rodriguez. Kommst jetzt nicht durch, Junge. Irgendwie. Äh, nicht. Okay, habe ich ihn doch noch erwischt. Irgendwie. War nicht so meine Absicht. Wird doch kurz spielen. Na klar. Passt war nicht gut. Ronaldo. Bail. Oh, kurz wahr hält ihn. Die drei Punkte rücken immer näher. Oh. Gefährliche Aktion. Dann war ganz nach außen. Marcelo. Nächster Eckball. Nächster Art. Den bringen wir kurz flach. Und wieder nicht drin. Und seine Konterschance läuft. Dankeschön. James Rodriguez. Gut gespielt. Ganz um läuft Bail. Oh Mann. Oh Mann. Ich fasse es nicht. Riesenfehler von Courtois. Aber dann. Näh. Wie gesagt. Ich fasse es nicht. Spätestens Ronaldo muss ihn machen. Cassias. Ganz locker. Und wieder Ronaldo. Schön gemacht. Danke, Ronaldo. Oh Mann. Nicht gut. Konter abgewindet. Spielen ein bisschen schneller, Mann. Junge. Kamal. Kamal. Mal mit der sicheren Methode. Modric. Schön gemacht. Bail wieder. Wenn ich schon den Vorteil habe, dann gib ihn mir jetzt auch. Wenn sie mal, kann sie nicht ganz durchsitzen. Ronaldo. Ronaldo. Modric. James Rodriguez. Benzema. Oh Mann. Kann ja nicht wahr sein. Ich fasse es nicht. Ganz unten wieder Ronaldo. Frei unterwegs. Zu gar niemandem. Denn der Pass war so eigentlich nicht gewollt. da darf ich den Ball so nicht verlieren. Und wieder Ronaldo. Da sehe ich einen schönen, guten Rodriguez laufen. Der checkt es nur nicht. Seine schnell genug. Sei es dumm. Oh, groß. Oh Mann, 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 Mann. Komm schon. Jetzt. Benzema. Und drin ist das Ding. Schön. Wunderbar. Und mein Gegner gibt auf. War zu erwarten in gewisser Weise. Wir lassen uns hin. Untertitelung des ZDF, 2020